Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 21, auf was sollte ich bei einem Gewitter achten und wie sollte ich mich verhalten? Jo Camping-Freunde, es ist Sommer, es ist richtig heiß derzeit. Und wie das natürlich so ist, wenn es so heiß ist, so warm ist, über mehrere Tage hinweg, dann kommt ja irgendwann früher oder später das nächste Unwetter auf und zu und es kracht richtig am Himmel und es geht richtig zur Sache. Und bei einem anständigen Gewitter, da bleiben natürlich auch diverse Blitze nicht aus und das Schlimmste, was einem natürlich passieren kann, ist, dass man vom Blitz getroffen wird. Jetzt ist es natürlich so, dass man beim Camping, zu Hause achtet man da ja sowieso drauf, da rennt man ja eh nicht draußen rum, aber auch beim Camping gibt es ein paar Dinge, die man da beachten sollte, auf die man achten sollte, damit man da möglichst nicht vom Blitz getroffen wird. Prinzipiell muss man erstmal eine Unterscheidung machen zwischen Fahrzeugen, die einen metallischen Aufbau haben und einen nicht-metallischen, also metallischer Aufbau, ein Wohnwagen, ein Wohnmobil, wo eine Aluminium-Außenhülle hat, ist natürlich da schon mal so ein bisschen im Vorteil, weil durch das Aluminium ist es ein elektrisch leitfähiges Gebilde. Das ist so analog dem pharadäischen Käfig im Auto, das denke ich, weiß ja so ziemlich jeder, dass bei einem Gewitter, dass man in einem Auto richtig sicher ist, dadurch, dass er die Stahlkarosserie einen davor schützen tut und man sich dort drinnen aufhalten kann, ohne dass man selbst vom Blitz getroffen wird. Das ist bei einer Aluminium-Außenhülle ziemlich auch so. Auf was man da noch so ein bisschen achten sollte, ist, wenn man eine Aluminium-Außenhülle hat an seinem Wohnwagen oder Wohnmobil, dass diese grundsätzliche, diese Aufbau-Außenhülle, dass die über eine Metallschiene, über ein dickes Kabel mit irgendwas mit dem Rest vom Fahrgestell verbunden ist, also dass da einfach eine Verbindung herrscht, weil die Bodenplatte im Wohnwagen oder im Wohnmobil ist ja meistens an Holz, was den Strom wiederum nicht leitet und somit hätte man da keine elektrische Verbindung und der Blitz würde da halt überschlagen in einem Lichtbogen. Wenn das elektrisch verbunden ist, ist es schon mal sehr, sehr gut. Das sieht man meistens, wenn man das Fahrzeug mal irgendwo auf einer Hebebühne hat oder so oder man krabbelt halt einfach mal drunter und guckt, ob man da irgendwo ein Kabel findet. Nachteilig ist hier dann natürlich wieder, wenn man die Stützen alle runtergekurbelt hat und die Stützen stehen, entweder solche Bigfoot-Platten oder sonstige Holzplatten, Holzblöcke, Plastik-Kunststoff-Platten, um die Fläche zu vergrößern, damit sich die Stütze nicht so ins Erdreich eingräbt. Das ist dann wiederum nachteilig. Da sollte man dann gucken, ich habe auch schon bei Wohnwegen gesehen, die haben drei Bigfoot-Stützen drunter und einer hat gar kein Bigfoot dran. Somit ist die elektrische Verbindung auf dem Boden wieder gewährleistet jedes Mal. Das ist eine sehr gute Idee. Das habe ich einmal, zweimal, dreimal, ein paar Mal habe ich das schon gesehen. Habe mich anfangs auch immer erst gefragt, wieso haben die da nur drei Bigfoot-Stützen dran und nicht vier. Mittlerweile ist es mir klar warum, weil man hat so die elektrische Verbindung, diese Erdung dann wieder hergestellt. Das ist der Vorteil einfach so bei Aluminiumaufbauten und auf was man da so ein bisschen achten sollte. Dann bei Kunststoff-GFK-Hüllen, da ist es natürlich so, dass ja Kunststoff leitet per se eigentlich nicht den elektrischen Strom. Es wirkt ja viel mehr als Isolator. Und da muss man halt einfach erst mal schauen. Bei neueren Fahrzeugen ist es so, dass da ein Blitzableiter mit eingebaut wurde. Bei ganz alten Wohnwegen würde ich mich mal schlau machen, würde mal schauen, ob ich da einen Blitzableiter finde oder eben nicht. Und wenn nicht, dann würde ich da mal gucken in der Werkstatt, was man für eine Lösung finden kann, damit der Wohnwagen halt quasi über einen Blitzableiter verfügt. Wobei es beim Wohnmobil hat man meistens die Stahlkarosse vorne im Fahrzeug. Von dem her ist das Ding dann wieder nicht ganz so kritisch wie so ein alter Hümer Eriber Wohnwagen. Da müssen wir halt gucken, ob der wirklich schon einen Blitzableiter hat oder wie und was, was man da machen kann. Nur als Beispiel. Das sind so die großen Unterscheidungen zwischen den Aufbauten, wo man einfach so ein bisschen drauf achten muss, je nachdem, was man hat. Dann egal, was für einen Aufbau man jetzt hat, gibt es natürlich einige Verhaltenshinweise, die man so im Allgemeinen, egal was und wie, wie man sich halt verhalten sollte. Da ist natürlich die externe Stromversorgung, sollte man abziehen und mindestens einen Meter vom Wohnwagen weg oder Wohnmobil weg entfernt hinlegen. Einfach, dass wenn ein Blitz irgendwo in einen Strommast oder irgendwas einschlägt, damit der nicht wandern kann bis in das eigene Fahrzeug. Und dass das Kabel auch möglichst weit weg liegt, weil durch den hohen Strom dann natürlich enorme elektrische Kräfte wirken. Wenn man eine Satellitenschüssel, eine Satellitenantenne auf dem Dach hat, auf einem langen Mast irgendwo rumstehen hat, dann sollte man die natürlich einholen. Und wenn es über ein Standrohr ist, dann sollte man zum einen gucken, dass er das Standrohr vielleicht ein bisschen einkürzt. Und dass es auf jeden Fall halt entweder über eine Erdungsleitung mit dem Fahrzeug verbunden ist oder sogar, wenn er am Fahrzeug angebracht ist, dann ist das ja meistens sowieso der Fall. Oder dass die Stange, diese Antennenstange über einen eigenen Erdungsspieß mit Erdungsleitung verfügt, dass wenn dort der Blitz einschlägt, dass der dann ungehindert gleich in den Boden rein kann, dass es da nicht sonst irgendwelche Wege übers Antennenkabel oder sonst irgendwas nimmt. Und das Einfahren vom Mast ist natürlich klar, das ist wie sonst auch alles, was weit in den Himmel ragt, ist potenzielles Opfer für einen Blitz. Von dem her tut man sich da Gutes, wenn man den Mast vielleicht ein bisschen einholen kann. Dann ganz wichtig ist natürlich, dass man alle Dachfenster, Luken etc. schließen tut, weil gut, meistens mit dem Gewitter einhergehend ist ein starker Regen. Von dem her wird man da keine Dachluke offen lassen, aber natürlich kann es auch mal nur zu Blitzen und Wetterleuchten etc. kommen, ohne dass einen der Regen aktiv betrifft. Dann würde ich aber trotzdem empfehlen, macht die Dachfenster zu, weil es wäre genauso ungeschickt, wenn man direkt unter der Dachluke steht und durch die offene Dachluke kommt dann der Blitz. Also dann ist es wirklich blöd gelaufen, aber dann ist es wirklich ja ungeschickt. Deswegen auch die Dachfenster und Dachluken schließen, wobei der Blitz normalerweise über die Außenhülle geht. Dann ist es noch so, dass man natürlich bei Alkofen oder Hubdachfahrzeugen sollte man sich nicht im oberen Bereich aufhalten, weil das natürlich auch wieder sowas ist. Je höher, desto gefährlicher. Man sollte sich natürlich möglichst weit unten aufhalten. Im Fahrzeug selber ist es ganz wichtig, dass man keine metallischen Gegenstände anfassen tut. Also das ist jetzt zum Beispiel der Herd oder die Einstiegshilfe oder irgendwas, was metallisch ist im Fahrzeug, dass man sich da dann nicht dran festhält. Weil wenn in dem Moment natürlich der Blitz einschlägt, dann kann es sein, dass ihr den dann auch mit abbekommt, weil er halt gerade da mit dran hängt. Deswegen sollte man jetzt auch nicht unbedingt anfangen, großartig auf dem Gasherd rum zu kochen, weil die meistens aus Metall sind. Dann hat man Metalltöpfe und schon ist das Problem wieder da. Dann sollte es im eigenen Fahrzeug zu einem Blitzeinschlag kommen. Dann sollte man auf jeden Fall im Nachhinein die ganze Gasanlage mal ein bisschen prüfen, wenn nicht sogar prüfen lassen. Weil halt durch diesen hohen Strom, den so ein Blitz mit sich bringt, kann es natürlich überall zu nicht sichtbaren Überschlägen des Stroms kommen. Und durch die hohe Stromstärke kann es halt sein, dass es zu kleinsten Undichtigkeiten kommt, weil halt das Material einfach weggeschmolzen wurde oder gerade ein Loch reingebrannt wurde. Und insbesondere bei der Gasanlage ist das natürlich verheerend, wenn dann da in der Gasleitung irgendwo ein Loch drin ist. Deswegen solltet ihr aktiv einen Blitzeinschlag in eurem Fahrzeug haben, denkt an die Gasanlage, diese zu prüfen, ob sie dicht ist. Man riecht das ja auch. Auf jeden Fall sollte man da dran denken. Dann sollte man natürlich auch kein Geschirr spülen oder duschen. Auch nicht bei autarken Fahrzeugen. Es ist ja einfach so, Wasser leitet den elektrischen Strom genauso. Und sollte der Blitz einschlagen, dann wandert der natürlich auch durchs Wasser und kann euch dann auch wieder gefährden. Dann sollte man natürlich auch nicht unbedingt im Vorzelt sitzen. Es mag zwar vielleicht schön sein, nach draußen zu schauen, das Gewitter zu beobachten, aber es ist natürlich so ein Vorzelt. Einerseits hat man die Folie obendrauf von der Plane, aber meistens hat man ja Metallgestänge unten drunter. Und wenn man dann unter so einer Metallstange sitzt, dann kann sich der Blitz halt natürlich im schlimmsten Fall auch wieder den Weg über euch suchen. Ihr sitzt dann noch auf Metallstühlen, also so Alu-Rahmenstühlen. Das sind natürlich dann alles so Sprungpunkte für einen Lichtbogen, für einen Blitzbogen, der euch dann da mitnehmen kann. Dasselbe wäre, wenn ihr zwar im Vorzelt sitzt, jetzt nicht direkt unter einer Stange, aber ihr sitzt ganz nah an der metallischen Außenhülle. Dann kann der Blitz sich den Weg auch wieder über euch suchen, wenn es dumm läuft. Ja, das ist so das, was mir jetzt so auf jeden Fall eingefallen ist. Das sind so ein paar Dinge, auf die man jetzt speziell beim Camping vielleicht noch mehr achten sollte wie zu Hause. Aber auch viele dieser Verhaltensregeln gelten natürlich auch für zu Hause. Da weiß man ja auch, dass wenn ein Gewitter kommt, sollte man nicht duschen gehen. Man sollte elektrische Geräte trennen wegen der Überspannung, dass wenn ins Stromnetz ein Blitzeinschlag erfolgt, dass dann halt nicht der Fernseher etc. pp kaputt ist. Früher war es das Antennenkabel von der Antenne auf dem Hausdach, dass man das rausgezogen hat, damit der Blitz dann nicht in den Fernseher einschlägt übers Antennenkabel. So gibt es ja viele Verhaltensweisen aus dem alltäglichen Leben, die man halt im Campingleben natürlich auch berücksichtigen soll. Ich habe hier jetzt noch ein paar, habe ich mir noch notiert, die man so ein bisschen auch als Eselsbrücke dann verwenden kann. Und ich zähle die jetzt auch einfach mal auf, damit vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen als kleine Eselsbrücke. So soll man sich natürlich, wenn man draußen unterwegs ist, soll man sich nicht unter einen Laternenmast oder einem Baum stellen, weil alles, was ja hoch hinausragt, ist ja prädestiniert für einen Blitzeinschlag. Metallische Gegenstände noch mehr. Man soll nicht duschen, kein Wasser laufen lassen etc. Eben, wie ich schon gesagt habe, Fernseher, Antennenkabel abziehen, elektrische Geräte ausstecken. Wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, sollte man sich möglichst klein machen und nicht mit Hände hoch in den Himmel auf der Wiese stehen. Das ist ja auch so eine Verhaltensregel. Man sollte draußen keine Regenschirme verwenden, weil das hat ja auch wieder so eine, komm ich fange dich ein, lieber Blitz. Gestik sozusagen. Sicher ist es zum Beispiel, wenn man sich ins Auto setzt und die Fenster zumacht. Das ist wieder dieses Prinzip des fachadäischen Käfigs, was dann wieder beim Wohnmobil oder bei einer Aluminiumaußenhülle auf jeden Fall zum Tragen kommt. Ich bin gespannt, eben hier ist das Wetter auch super und seit zwei Tagen ist es immer wieder so ein bisschen angemeldet, dass heute soll es am Donnerstag hier, 22. Juni, soll es zum großen Gewitter kommen. Ich bin gespannt, wir sind zu Hause, wir sind jetzt nicht auf dem Campingplatz, aber es haben glaube ich schon die ersten Schulferien angefangen und viele sind natürlich schon im Camping, Urlaub und sind unterwegs. Von dem her denke ich, macht diese Folge hier gerade jetzt zum Beginn der Sommerferien, wo es natürlich vermehrt zu Gewittern kommen wird, macht die hier eventuell Sinn, halte ich für sinnvoll. Und ich freue mich natürlich, wenn euch diese kleinen Tipps ein bisschen helfen in Bezug auf ein Gewitter, euch auch nochmal so ein bisschen wachrütteln auf dem Weg in den Campingurlaub, der jetzt dann hoffentlich bald bei allen ansteht, dass man da dran denkt, an so ein paar Kleinigkeiten, wenn es Gewitter dann losgeht. Da hoffe ich, dass euch das weiterhilft. Ihr dürft das natürlich auch gerne Campingfreunden weitererzählen, weitergeben, weiter sagen, dass sie sich die Podcast-Folge anhören. Ich schreibe natürlich alles, was ich hier aufgelistet habe, schreibe ich natürlich auch wieder in die Shownotes rein, die findet ihr unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge, das müsste, das ist Folge 21, ja. Also nochmal www.camperontour.de Schrägstrich Folge 21. Dort schreibe ich nochmal alles rein, was ich jetzt euch so erzählt habe, damit ihr das nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch noch an der Umfrage unter www.camperontour.de Schrägstrich Umfrage, wenn ihr da dran teilnehmt, so ein bisschen Feedback, was ich mir einhole von euch. Und jo, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für euer Ohr, dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Bis dann, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also, mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.